Traumhafte Bedingungen für die königsblauen Profis bei königlichem Wetter. Sonnenschein pur, aber nicht zu heiß. Dazu ein Rasen wie auf dem Golfplatz. Für Johannes Geis sind das die besten Voraussetzungen. Wir haben 20 Grad, glaube ich, jetzt. Es ist schön warm, auch wenn ich jetzt einen Pullover anhabe. Aber es sind perfekte Bedingungen hier. Hier können wir uns richtig gut vorbereiten auf die kommenden Aufgaben. Wie gesagt, Hotel ist top, Trainingsplatz ist top, hier gleich um die Ecke. Wie gesagt, absolut genial hier. Wir hatten einige Male Pech in spielentscheidenden Situationen. Auch die Ausfälle mit schweren und langwierigen Verletzungen waren nicht förderlich. Geisi hat aber eine positive Einstellung. Diese Situation muss man bekämpfen, das Team muss näher zusammenrücken und andere müssen ihre Chance nutzen und alles raushauen. Wenn wir so agieren und so einfach kämpfen und Gas geben, dann honorieren das ja auch die Fans. Das hat man ja gegen Leverkusen gesehen. Bei jedem Konter haben die uns da gepeitscht oder bei jedem gewonnenen Ball haben die uns da nach vorne getrieben. Das war schon echt, also brutal. Und ja, das meine ich einfach, dass wir, egal wer spielen sollte oder egal wer ausfällt oder nicht dabei ist oder ob wir mit neun Mann spielen, einfach alles reinhauen und dann sind wir echt eine geile Truppe.